Ein Ford Ranger mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besticht durch sein edles Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Einparkhilfe und vieles mehr. Der Diesel hat eine beachtliche Leistung von 200 PS und wird über ein 6-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 31.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis